Unten war, dann verlor er das Bewusstsein. Ja, das ist ein zweiter kleiner Teil aus Mein ist die Macht. Und eine Frage auch dazu direkt, oder beziehungsweise ein kleines Detail dazu, denn auch da wurde mir jetzt schon die Frage gestellt, ist denn das mit der Drohne überhaupt realistisch? Nun, ich kann dazu sagen, dass ich auch allerdings per Zufall, das war dann die Bestätigung, mit der ich nicht gerechnet habe, letzte Woche in Berlin auf einer Hochzeit war und dort jemanden kennengelernt habe, der beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz arbeitet.